Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf einem Kanal zurück. Heute ist ein geiles Video für alle, die Bock haben auf Black Ops 6 Sachen, denn gestern, während wir im Livestream waren, sind unfassbar viele Gameplay-Sachen, Multiplayer-Sachen von Black Ops 6 geleakt worden, die alle Copyright strikt wurden auf Twitter, aber Shepi hat sich ja live im Stream angeguckt und hat die ganzen Sachen und wird sie euch präsentieren. Ich kann sie euch so live nicht zeigen, weil dann auch das Video gestrikt wird. Alles, was zu sehen war, zeige ich euch aber, oder was man noch sehen kann, gleich bei Charlie Intel, bei Twitter, bei dem, der es geleakt hat. Während wir uns das angeguckt haben, ist aber das passiert. Schild vor mir. Hab den mit dem Schild. Was ist das? Ich glaub, über mir ist noch was, oder? Ich hab seinen Teammate. Bastard. Oh. Ja, über mir. Oh nein, noch keiner. Hab ihn! Nee! Auf dem Dach, ganz oben. Die letzten beiden. Ach, der Box. Und die letzten beiden auf dem Dach. Oh! Ja. Nachdem wir in der letzten Season die Nuketry beim ersten Mal versuchen verkackt haben, weil wir nicht schnell genug waren, haben wir uns als Ziel gesetzt, solange Tarkov noch keinen neuen Wipe hat, dass wir wieder drauf arbeiten. Und gestern wieder sechseinhalb Stunden, sechs Siege, zwei hintereinander, richtig gute Runden. Und währenddessen, äh, man so auf Lobbys wartet im Stream, guckt man halt immer mal so auf Twitter vorbei, guckt, ob es so neue Infos gibt, Charlie Intel und so. Und dann droppt Charlie Intel einfach, äh, die ganzen Images und Gameplay-Videos und Omni-Movement und Perks und Streaks von Black Ops 6. Und es gibt ja immer so Leute, die sagen, ja, ja, da war gar nichts. Das hier wurde gestern, das ist die Black Ops 6, äh, Menü-Musik, wurde sofort wieder entfernt. Dann redet Charlie Intel unter anderem darüber, das hat man richtig geil gesehen. Äh, ich hab überlegt, ob ich das VOD bei mir auf den Discord stelle, aber es kann auch R geben, also müssen wir vorsichtig sein. Äh, man hat die Warzone-Map gesehen oder Teile davon. Man hat gesehen, dass das Menü überarbeitet wurde. Und all diese Sachen hier sind gestern innerhalb von kürzester Zeit wieder rausgenommen worden. Ich werde euch aber erklären, welche Perks es alles gab. Es sind alle Perks geleakt worden. Also nicht nur Perks für den Bild, für die, ähm, jetzt kommende Beta-Version, sondern wirklich alle, die höchstwahrscheinlich vom ersten Tag an Full Release im Game sein werden. Wir haben gesehen, wie das Klassensystem ist. Wir haben eine Map-Liste gesehen. Wir haben die Wildcard-Perks gesehen. Also im Prinzip ist das gesamte Game gestern geleakt worden. Und falls ihr euch fragt, wer das geleakt hat, das war der hier. Warum auch immer hat dieser Typ unfassbar viele Sachen von dem Game, von was jetzt kommt, auf einer gejabrakten PS4-Version gehabt und online gestellt. All diese Sachen sind grafisch katastrophal gewesen, erklärt aber einiges, wenn man überlegt, dass es eben nur auf den Old-Gen-Konsolen der, der Zustand des Games war. Jeder, der eine PS4 hat, wird, äh, Black Ops 6 dieses Jahr noch spielen können. Ihr könnt euch aber darauf gefasst machen, dass eure, dass ihr super viele Bugs habt, dass ihr super schlechte Grafik habt. Es wird Zeit, dass die Black Ops-Teile, genauso wie die Modern Warfare-Teile, sowie alle anderen Games nicht mehr auf den Old-Gen-Konsolen entstehen. Man hatte jetzt mehr als ausreichend Zeit, sich darauf vorzubereiten, eine neue Konsole zu besorgen. Und wenn Gaming das Hobby ist, können 3 oder 400 Euro nach 3 oder 4 Jahren für dieses Hobby nicht zu viel sein. Und damit ihr trotzdem eine Möglichkeit habt, äh, zu kapieren, was da alles jetzt kommt und wie der Content aussieht, äh, gebe ich euch so einzelne Screenshots ein bisschen geblurrt und erkläre euch, was da draufsteht. Also, wir haben drei Perk-Kategorien, Perk 1, 2 und 3. Und in der Perk-Kategorie 3 zum Beispiel haben wir Double Time, Bankroll, Vigilance, Cold-Blooded, Quartermaster, Gearheart und Guardian. Bankroll ist zum Beispiel etwas, was sehr nah mit Hardline in Verbindung geht, was wir aus Call of Duty Ghosts kennen, wo es einen, äh, Supporter-Streaks gab. Also, Streaks, die non-lethal waren, also die jemanden nicht gekillt haben direkt. Äh, sowas wie Ballistikwesten, Munitionstaschen, ähm, UAVs in der Art. Und ihr könnt aus diesen Kategorien bis zu 3 auswählen. Wenn ihr aus einer Perk-Kategorie 3 Perks auswählt, erhaltet ihr ein, äh, Special-Perk, was dann darunter angezeigt wird, was für diese Kategorie ist. Und Bankroll könnt ihr zum Beispiel mit Gearhead kombinieren. Ihr habt dann für non-lethal-Streaks, Drohne, Konterdrohne und solche Sachen, 125 Punkte Bonus bei jedem Respawn von euch. Und braucht, damit ihr die Drohne erreicht, auch 1 Kill weniger. Was bedeutet, ihr könnt, äh, Drohne, Konterdrohne theoretisch zirkeln, also kreisen lassen mit sehr wenig Kills. Geht also sehr in die Richtung Supporter-Streaks, wird aber resettet, wenn ihr natürlich sterbt. Perk-Kategorie Nummer 1 war, äh, Assassin, Scavenger, Bruiser, Ninja, 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 Ghost, Flag Jacket, Tag Mask. Ihr könnt aus dieser Kategorie wieder ein Perk auswählen, könnt es natürlich aber auch für den Bonus kombinieren. Das heißt, es wird machbar sein, dass ihr Ninja und Ghost gleichzeitig nutzt. Ninja Totenstille, das wichtigste Perk in ganz Call of Duty. Was ihr aber nicht machen könnt, ist Taktikmaske, Flag Jacket, Ghost und Ninja gleichzeitig machen, weil ihr könnt nur 3 davon auswählen. Das heißt, es wird dieses Jahr sehr, sehr darauf ankommen, endlich wieder, wie man seine Perks zusammensetzt und wie man es kategorisiert. Perk-Kategorie 2. Dexterity, Gang-Ho, Tracker, Engineer, Forward Intel, Dispatcher and Fast Hands. Gang-Ho kommt zurück, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Hat euch ermöglicht, Nades besser zu werfen. Hat euch ermöglicht, im Sprint Instant zu schießen. Dexterity ist Beweglichkeit, kennen wir aus Black Ops 2. Und all diese Perks in diesen 3 Kategorien und auch die Icons daneben sehen sehr, sehr aus wie Black Ops 1, Icons und Perks von damals. Fast Hands ist auch wieder dabei. Bei Dispatcher und Forward Intel weiß ich leider nicht, was sie bringen. Man hat in dem, was der Typ geleakt hat, halt die Übersicht gesehen, aber nicht jedes einzelne Perk in der Beschreibung. Das werden wir aber spätestens zur Beta ja höchstwahrscheinlich schon wissen. Zu den Perks, die ihr habt, bekommt ihr auch eine Wildcard, die ihr auswählen könnt. Und diese Wildcards sind aktuell Overkill, Gunfighter und Perk-Greed. Overkill brauche ich nicht erklären, zweite Zweitwaffe, Gunfighter. Ich gehe ganz, ganz fest davon aus, dass wir wahrscheinlich zwei Secondaries nehmen können zusätzlich. Und Perk-Greed kennen wir tatsächlich sogar in größerer Form aus Cold War, wo man ja mit Perk-Greed, ich glaube, sechs Perks haben konnte, anstatt drei ursprünglich. Was halt jeder genutzt hat, weil es so OP war. Hier ist es so, dass ihr mit Perk-Greed ein extra Perk auswählen könnt. Was bedeutet, wenn ihr unbedingt Ninja, Totenstille, noch irgendwas spielen wollt, könnt ihr mit dem Perk, mit der Wildcard, das auswählen. Das ganze System sieht sehr, sehr gut aus. Die Frage ist am Ende des Tages natürlich, wie ist das Ganze gebalanced. Wenn SBMM komplett reinkickt, wird jeder wieder in jeden Lobbys die gleichen Perks spielen. Aber umso mehr Perks in einem COD, meiner Meinung nach, umso besser ist das Game am Ende des Tages auch. Der Aufbau von eurem HOD ist im Prinzip so, wie man das eigentlich kennt. Rechts unten Muni angezeigt, eure Feldaufrüstung. Rechts davon eure Primärgranate, links davon eure Sekundärgranate. Darüber die drei Streaks, die ihr ausgewählt habt. Und den Streaks wird unten angezeigt, wie viele Punkte ihr braucht, bis ihr sie erreicht. Und rechts von den Streaks wird noch ein schwarzer Balken angezeigt, der sich mit Weiß füllt. Je nachdem, wie viele Punkte ihr für das erreicht habt. Also relativ bekannt, um ehrlich zu sein. Nichts Außergewöhnliches. Sieht von der Aufmachung aber sehr wie ein Black Ops-Teil aus. Was mich persönlich beruhigt, denn ich ertrage nicht noch ein Jahr COD, was aussieht wie Modern Warfare. Ich will kein Modern Warfare mehr haben. Bei den Streaks haben wir sogar drei Streaks in Action gesehen. Das RCXD-Car, gerade für die Suchen zerstören Leute von euch. Natürlich wichtig, dass es wieder dabei ist. Ist ja auch eine Streak, die man da gerne auswählt. Eine Hailstorm, die aber nicht wie in Black Ops 4 zum Beispiel funktioniert hat. Wo man eine Hailstorm geschossen hat und diese Hailstorm konnte man dann irgendwann verlangsamen, verschnellern. Und irgendwann hat man den Kopf gezündet und daraus sind dann drei Raketen entstanden. Sondern bei der Hailstorm jetzt, ihr könnt sie verlangsamen, verschnellern. Und sobald ihr es aktiviert, könnt ihr drei einzelne Hellfire-Drohnen aus dieser Rakete rausschießen. Sieht cinematisch ziemlich geil aus. Sah ziemlich powerful aus. Und das ist auch eine Hoffnung, die ich habe, dass wir dieses Jahr mal wieder Streaks haben, die reinballern, die wirklich Spaß machen. Denn Call of Duty lebt davon, dass es geile Streaks hat, die vom Himmel regnen, die die Karte erschüttern. Und dieses Jahr ist es so, wer nicht Drohne, Konterdrohne, Orbi spielt, spielt halt irgendwas anderes. Die anderen Streaks sind kacke. Ich hoffe einfach, dass sie da wieder dieses Black Ops-Feeling rausbekommen, wo Streaks und Perks auch wirklich was ausmachen. Und wo es sich nicht so anfühlt, als wenn eigentlich egal wäre, weil eh alles das gleiche ist. Die dritte Streak, die sie gezeigt haben, war ein Helo. Der Chopper-Gunner sah auch sehr stark aus. Und sah auch so aus, als wenn man den nicht so einfach runterholen könnte. Ich habe auch komplett geguckt, 60 Sekunden Haltezeit hatte der. Und der hat, das war so ein Gameplay von dem Typen oder von irgendeinem Typen gegen Bots, so wie es aussah, irgendwie 40 Kills gemacht. Also da ist einiges machbar dieses Jahr. Wir haben auch schon Map-Leaks. Und es kommt tatsächlich eine Map aus Black Ops 4 zurück. Wir haben Vorkuta Mine, Vorkuta, Catacomb, Flat, Dick, Dick sollten wir alle kennen. Babylon, Train Graveyard, Russian Base, Socotra 2, Hacienda Old. Hacienda, falls ihr euch daran erinnert, für mich eine der coolsten Maps aus Black Ops 4. Vielleicht nicht für jeden, aber kommt auf jeden Fall zurück. Strip Mall, das ist hier auch das, was wir im Thumbnail haben, was eigentlich ja auch in Cold War mit drinne war. Dazu haben wir Red Card, Firing Range kommt zurück, bin ich sehr gespannt drauf. Veiled, Kanals, Island, Pillage, Raiders, Stealth und Nuketown. Es ist ein Treyarch-Game, es ist ein Black Ops-Game. Wenn da kein Nuketown dabei wäre, wäre es enttäuschend. Und ich hoffe nur, dass Nuketown nicht direkt am Anfang kommt, weil sowas wie Nuketown-Shipment immer dafür sorgt, dass ein großer Teil der Playerbase mit einem Schlag plötzlich nur noch da unterwegs ist. Ich kann euch, wie gesagt, aus dem VODs die Sachen nicht unverpixelt zeigen, weil dann war es das mit dem Video. Aber es sieht so aus, als wenn dieser junge Mann hier noch einige andere Sachen irgendwie im Petto hätte. Also meine Empfehlung für euch, wenn ihr da noch was Neues sehen wollt, vielleicht einfach dem folgen und gucken, ob er die nächsten Stunden oder Tage noch mehr raushaut. Insgesamt, man hat auch ein, zwei Gameplay-Ausschnitte gesehen, auch mit dem Omni-Movement, was sehr cool aussah. Man kann sich tatsächlich im Sprint nach rechts werfen und schießen, nach links werfen, zurück. Genau das, was sie bei der Vorstellung damals auch komplett gezeigt haben. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr, sehr coole Last-Kill-Camps entstehen und auch in Rebirth und Warzone, dass man da mit so einem zurücklaufenden Sprung und Schießen in der Luft, dass man da sehr coole Gameplays raushauen kann und Clips raushauen kann. Also ich persönlich bin total angetan von dem, was ich bisher gesehen habe. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass man sich als COD-Spieler ja automatisch immer auf das Neue freut. Und wenn man so wie ich noch so ein Black-Ops-Kind ist, dann will man auch Black-Ops-Feeling wieder haben. Und ich habe jetzt MB3 hinter mir, was okay war. Ich habe MB2 hinter mir, was Dogshit war. Ich habe MB19 hinter mir, was Dogshit war. Ich habe Vanguard hinter mir, was Dogshit war. Die letzten Jahre waren echt für Black-Ops-Fans wie mich nicht so geil, um ehrlich zu sein. Und deswegen freue ich mich darüber, dass Treyarch dieses Jahr hoffentlich am Kochen ist. Ignorieren wir mal für den Teil das Thema SBMM und freuen uns vielleicht auf grafisch coole Streaks, auf coole Effekte und Sonstiges. Leute, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen mitnehmen können in das Ganze. Lasst einen fetten Like auf dem Video. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Teilt das mit euren Freunden, mit eurer Mutter, mit eurem Vater, mit eurem Bruder. Keine Ahnung was. Hilft mir, unterstützt mich. Lasst einen Kommentar da. Und ich habe gerade entschieden, für alle, die so lange gucken, ich werde ein paar Screenshots auf meinen Discord tun. Ihr könnt dem joinen, wenn ihr wollt. Der kostet nichts. Dann müsst ihr, wenn ihr reingeht, oben bei Regeln bestätigen, auch so einen Daumen drücken. Da sind so 1000 Daumen nach oben. Und dann werdet ihr auch ein paar Screenshots sehen können. Ei, ei, ei. Haut rein.